Okay, weiter geht's. Ich habe keinen Knoblauch mehr. Sehr traurig. So, seien wir benutzt auf dem Rückweg eine Lorbeere, um unbeschadet durch die Sumpf zu kommen. Okay, 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 okay. Ne, den Treffer akzeptiere ich nicht. Ne, 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 ne. Ach, die sind so nervig, Mann. Diese scheiß Schleime, ey. Warum sind die so brutal? Das ist nur Schleim. Alter! Ich kann nicht mehr. Alter, ich will ihn nicht mehr. Boah, dieses Spiel. Der Schwierigkeitsgrad ist doch so weird. Die Kurve. Natürlich spawnen da direkt neu. Wie gehe ich denn aus? Ja. Ich habe meinen Schutzschild nicht mehr ausgerüstet, ne? Doch, habe ich. Lass mich einfach hier raus. Oh Gott. Okay. So, da müssen wir jetzt durch. Ich weiß es nicht. Ja, man muss wahrscheinlich doch einmal hier eine Lorbeere benutzen. Ui, 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 ui. So. Plopp. Wie gut ist, wir kommen gleich nur wieder in ein Dorf. Wie ich das jetzt verstanden habe. Gefällt mir ja auch schon wieder nicht hier. Sehr gut. Wenn wir nämlich hier links weitergehen. Ich farm schon mal ein bisschen, weil ich glaube, wir brauchen auch gleich mehr Geld. Theoretisch brauchen wir 300, aber können wir gar nicht tragen. Wobei es auch ein optionales Item ist, wurde mir gesagt. Also, wurde mir gesagt vom Internet. Ja. Ähm. Reicht vielleicht erstmal. Warum ist der jetzt One-Hit gestorben? Hier gibt ja auch wieder keinen Sinn. Ui, ja. Boah, leckt mich doch alle am Popo, ey. Ganz im Ernst. Danke, Dorf. Okay. Geht Bayern ab. In der Hoffnung, dass hier auch eine Kirche ist. Spiel dauert echt länger als erwartet, ey. Holy shit. Ich schlache noch ein paar Gegner hier. Würde ja nicht mehr so lang gehen. Ich glaube, es ist auch für die Zeitraum abhängig. 8, 4. Ich glaube, 8 ist quasi der Tag. Der achte Tag. 4.33 Uhr. Keine Ahnung, wann es Tag wird. 5 Uhr. Hm, gucken wir mal. 6 Uhr. Na komm, dann wird es vielleicht Tag sein. Ich bin mir ja nicht sicher. Jetzt eigentlich 2.15 Uhr. Mehr geht nicht. Guck. 6 Uhr. Okay. Okay. Ähm. Müssen wir hier eigentlich noch was machen? Okay. Achso, ja, ja, klar. Okay. Hm. Hm, 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 hm. Gucken wir jetzt mal hier mal rein. Ich hasse mein Leben. Jetzt hat... Nein. Jetzt... Wo habe ich gespeichert? Ich muss es jetzt leider machen. Ich will nicht die Lorbeeren verschwenden. Ich will die nicht verschwenden. Ich brauche die. Und die kosten halt viel. Das ist dann eine unnötige Farmarbeit. Ah, war mir so doof. Ich suche immer die Kirche. Wie wäre es damit? Ich glaube, hier gibt es keine. Danke. So, ich kriege den Sprung jetzt eigentlich noch raus? Ja. Witzig. Who are you? Don't look into the Death Star. Oh, you will die. Okay. Hast du mal im Geheimgang versteckt? Ne. So, was das heißen soll. Don't make me stay, I'll die. Was ist hier los in der Stadt? Holy shit. Ich bin jetzt mit dem richtigen Item hier unterwegs. Leben ist gut. So, buy some of my laurels. Ja. Einmal kann ich. Wie gesagt, man sollte sechs Stück im Idealfall haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass vier reichen. Ich glaube, es geht jetzt nicht darum, irgendwie durch den Sumpf zu gehen. Wobei, da geht es doch dabei, um durch den Sumpf zu gehen. Ich weiß nicht so genau. Oh, da oben kann ich noch rennen. Bitte seine Kirche, bitte seine Kirche, bitte seine Kirche. So, hast du was cooles? When I was your age, women loved me. Aha. Das stimmt für dich. Dig up the fourth grave in the cemetery for a diamond. Okay. Ich gebe es noch eine komplette Lösung, aber... Meinetwegen. A man living in darkness can give your whip power. Ähm, okay. Genau, das will ich nämlich eigentlich auch, 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 auch eigentlich, eigentlich auch. Aber die Tatsache, dass jetzt irgendwie... Boah, hier keine Kirche, jetzt mach ich mich ein bisschen fertig, bin ich ganz ehrlich. So feste damit gerechnet. So, hier nochmal. Oh. Ich habe Angst, ich speicher. Hm, 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 hm. Tja, vielleicht muss ich mich gleich doch einmal opfern. Mal gucken. Mein Leben lassen. So, gibst du mir Macht. Morningstar. Bei One... Ja. So, jetzt haben wir nämlich die stärkste Waffe. Oh. Ja, bitte nochmal. Also, ich glaube, es ist die stärkste Waffe. Jetzt ist jeder Gegner One-Hit. Äh, nee, keine Ahnung, aber... Naja. Ja, dann gehe ich, glaube ich... Lieber nochmal Lorbeeren kaufen. Einer ist keine Kirche, ich fasse es nicht. Hm, 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 hm. Vielleicht nur mal speichern. Ich denke. Hm, 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 hm. Wahrscheinlich ist es vielleicht so wieder nach, bevor ich fertig bin. Schon klar. Oh Gott. Okay. Ich höre lieber auf die komplette Lösung, bevor ich einfach ohne weitergehe. Und dann demnächst ohne irgendwas dastehe. Ich hasse alles. Gott. Ne, und dann halt irgendwo nicht weiterkomme. Das wäre ja auch dann scheiße. Ja, ja, ja. Das ist spannend, ne? Und immer dann, wenn ich gerade die Musik geil anfangen will, dann wechsle ich für den Screen. So, auch scheiße. Ich habe übrigens vergessen schon wieder, wo ich die Lorbeeren gekauft habe, um ehrlich zu sein. 15.55 Uhr. Ja, wann wird es Abend? Wahrscheinlich 17 Uhr oder so. Oder 18 Uhr oder so. 42. 50. So, ich habe vergessen, wo ich die gekauft habe. Ganz am Anfang. Hier war der Dude in Darkness, ne? Oh, das wird jede Sekunde Nacht werden. Mein Timing ist so ein Schrott. Ey, wirklich. Ich kriege es nicht hin. Das ist wirklich, das ist, ey, das ist wirklich ein Fluch. Wie jedes Mal, wenn ich gerade was kaufen will und irgendwo hin will, genau dann wird Nacht. Das ist unglaublich. Alter, bis gleich. Ah, soll ich, 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 ich kann das alles nicht mehr. Dieses Timing bei mir ist ja so eine Katastrophe, ne? Es ist so geil. Egal, komm, weiter. Gib Laurels. War das bei dem Doppelten? Ich glaube schon, ne? Ja. So, bei Sam auch mal Laurels. Ja! Jetzt sind wir bereit. Meine Fresse, war das schon wieder unnötig, ja alles. Okay, ähm... So, genau, jetzt einmal wieder zurück. Ähm, okay. Ich erinnere mich, glaube ich, sogar, was jetzt kommt. Komplett Lösung ist spaßig für alle. So, hier weiter, einmal speichern, bitte. Oh, zwei Leben. Ja, ich werde gleich mein Leben lassen, denke ich. Am besten erst im Schloss. Denn ja, Spoiler, gleich gibt's das nächste Schloss. Oh, mein Gott. Oh. Das Leben ist zu gut zu mir gerade. Ich glaube, es sind so eine Art Level-Ups, die irgendwie mal wieder kommen, aber irgendwie... Das Mal habe ich ja irgendwie Leben bekommen, aber diesmal nicht. Oh, ich bin gerade sehr glücklich, dass das jetzt gerade kam, wirklich. Oh. Ich wollte schon laden. Hat man gemerkt, vielleicht. Hui! So. Öh. Sackgasse. Nein, Leute. So, wir müssen jetzt einmal den... ...hogen Kristall und... ...beten. Videospiele von damals, ne? Ich sag's euch, ich schwör bei Gott. So eine gequillte Scheiße. So. Ups. Ich hab noch mal nach oben gedrückt. So. Botleyburg ist das hier übrigens. Schauen wir mal, was wir hier reißen können. Geht die erste Reibe nach oben. Da ist die Beschreibung auf jeden Fall ein bisschen länger als bei der letzten. Näh, näh. Dadadadum. 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 Ja, cool, wenn wir es in der Folge noch mit schaffen, aber ich rechne jetzt mal nicht damit. Aber naja, mal gucken. Ach so. Ähm. Aber auf die Falle im Boden. Nach der zweiten und dritten Treppe. Okay. Dann hab ich jetzt noch das Wasser, ja. Hm, okay. Fallen im Boden erkenne ich jetzt erstmal nicht. Aber hier. Hoi. Dadadadum. Dadadadum. Dadadadadum. 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 Dadadadadam. Wass so, wo muss ich überhaupt hin? Welche Richtung? Ähm. Geht oben nach rechts. Springt durch die falsche Wand. Hm. Das ist dann, dass die jetzt trotzdem alle noch zwei Hits aushalten. Und wieder irgendwo ein Loch im Boden, oder? Okay. Ah. Die falsche Wand entdeckt. Nö, 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 nö. Ich hab ein bisschen Angst. Ich schweier lieber. Bist zur Sackgasse. Äh. Okay, das war fies. Oh, ich hab aber gar kein Damage genommen, merk ich gerade. Ich kann nicht neu landen müssen. Lieber checken hier, ne? Wie ist fies und so. Aha. So. Okay, ähm. Bevor es dann nach unten geht. Okay. Okay, nach unten. Du bist mir so ein Dorn im Auge gerade, mein Freund. Ich glaube, das verstehst du. Ne, passt schon. Nach unten, hab ich gesagt. So. Sackgasse. Genau. Ähm. Ähm. Okay. Aua. Ach so. Wow. Okay. Das ist wild. Mal wieder speichern. Bitte, bitte. So, wer kommt auf diese Scheiße? Also, keine Ahnung. Es ist nicht zum Durchspielen gedacht, dieses Spiel. Ach, scheiße. Euer Geld. Ich hab, ich hab da was vergessen. Okay. Ein Gegner mal eben gehen, ne? Kriegen wir noch gerade so hin, denke ich. Äh. Ich komm nicht mehr raus. Ähm. Naja, doch. Ich komm links wahrscheinlich raus. Ich hab jetzt hier drin auch gespeichert, ne? Ah, okay. Ja, darf ich jetzt wieder hoch einfach? Oh, scheiße. Jetzt muss ich echt ne extra Runde gehen, glaube ich. Ich hoffe, dass da irgendwie links ein... Eingang ist. Warte mal. War ich hier mal? Hm. Fuck, Alter. Wo bin ich hier gelandet? Ich kann hier nicht zufällig rein, ne? Oh, Mann. Ah. Das ist jetzt ein unnötiger Umweg, den ich, glaube ich, gehen muss. Das Spiel gönnt auch einfach nicht, ne? Cool. Okay, keine Ahnung. Jetzt muss ich mich wirklich auf mich selbst verlassen, irgendwie. Okay, ich glaube, ich bin jetzt wieder da, wo ich am Anfang war, oder? Wo es nach oben ging. Ich hoffe es zumindest. Rein orientierungs... Ja, 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 genau. Da ist das Loch gleich im Boden. Da ist es. Okay, sehr gut. Eine kleine extra Runde, aber ist okay. So ist es manchmal. So nicht damit gehen, dass ich hier oben lande, dass ich irgendwie nicht zugeschlagen habe. Hier war doch irgendwie ein Loch im Boden. Ne. Ach hier war die geile Wand, ne? Zack. Genau. So, hier wurde ich gescammt letztes Mal. Jetzt bin ich klüger. Hier war nichts im Boden, ne? Moment. Ja. Wo muss ich denn mal lang? Scheiße. Ah ja, okay. Dann haben wir beide noch rechts. Ah ja, genau. Runter. Runter, runter, runter. Was? Gehst du runter? Danke. Ja, der leider trifft mich gezwungenermaßen irgendwie. So, jetzt habe ich genug für dich, mein Freund. Der Treffer war dumm. In Westen, in Oaksef. Ja. So. Ja, weil da links bis hier durch ein Loch im Boden fällt. Geht da in die Treppe hinunter und nach rechts. Ja, hier waren wir schon, ne? Ah, jetzt lässt man ein bisschen nach links gegangen. Glaube ich. Oh, die Framerate, weil zu viel auf dem Bildschirm ist. Wah, NES-Spiele. Da ist er schon. Oh. Hm, nett. Okay, ähm. Zack. So, was haben wir hier Schönes? Genau, Prozess. Dein Dracula's Nail. Iiii. Okay. Ekelhaft. Okay. Ich speichere hier ab. Und beim nächsten Mal würde ich sagen, arbeiten wir uns wieder raus aus der Burg. Und dann, naja, wir geben uns tatsächlich schon in Richtung der letzten Burg. Mal schauen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.